St. Pauli empfängt den 1. FC Köln. Lange nichts zu sehen von der hochgelobten Kölner Offensive. Es spielte nur St. Pauli, 26. Minute, Rotenbach mit der Möglichkeit. Mondragon zeigt seine ganze Klasse. Abschnitt 2 und gleiches Bild, St. Pauli das bessere Team. Doch plötzlich Köln mit Oberwasser, 65. Minute, Patrick Helmes alleine vor Patrick Borger. Der Nationalspieler, Volley, eiskalt und routiniert. 0 zu 1, die erste und einzige Chance nutzen die Gäste zur Führung. Eine knappe Viertelstunde später dann die Entscheidung. Erneut ein Konter der Kölner, dieses Mal Novakovic vor Borger. Egal, auch Novakovic eiskalt, 0 zu 2. Der FC drehte das Spiel quasi aus dem Nichts, fährt die ersten drei Punkte in Liga 2 ein. St. Pauli, Köln 0 zu 2. 2.